Mein Name ist Matthias Wenck, ich bin Theologe und Pastor in der Bewegung Plus in Burgdorf, einer pfingstlich-charismatischen Freikirche. Im Jahre 2000 habe ich in Los Angeles am Vorbereitungstreffen des Global Christian Forum teilgenommen. Das war für mich eine unglaublich bereichernde Erfahrung. Denn der Zugang zueinander war nicht über irgendwelche theologische Themen, sondern zu Beginn haben alle ihre Geschichte mit Gott erzählt. Und in diesen vielen Geschichten kam die ganze Bandbreite christlicher Spiritualität zum Tragen und so war es nachher ungemein einfach, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das Global Christian Forum findet deshalb einen neuen Zugang zur Einheit der Christen über die persönliche Geschichte. Mich hat das total überzeugt und sehr bereichert.